Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpkarten, ne Moment mal was? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Community-Tourenplanung, der ersten Episode der Community-Tourenplanung. Mein wackeliger Basecamp-Tisch und ich sind ganz heiß darauf zu lesen und zu hören und zu sehen, was ihr so für Touren in Zukunft vorhabt und wo ihr die ein oder andere Inspiration dafür brauchen könntet. Heute schauen wir uns nämlich eine Tour an, in der es um leichte Kletterei geht, um seilfreie Kletterei. Ich bin auf der Suche nach einer Tour im Schwierigkeitsgrad 2. Mal eine Dreierstelle, wenn nicht zu ausgesetzt und gut seilfrei machbar, wäre auch kein Problem. Bei der die Kletterei im Schwierigkeitsgrad 2 über einen längeren Abschnitt ist, zum Beispiel 1000 Höhenmeter und es sich nicht nur um ein paar wenige Zweierstellen handelt, sondern um längere Kletterpassagen. Zudem sollte die Tour als längere Tagestour machbar sein, also vielleicht nicht mehr als 2000 Höhenmeter inklusive Zustieg haben. Es wäre gut, wenn die Tour von der Orientierung her nicht zu kompliziert ist und eher selten begangen ist. Ich mag es in den Bergen etwas einsamer unterwegs zu sein. Und wenn die Tour dann auch noch in den nördlichen Kalkalpen ist, wäre es super. Und Helge, was soll ich sagen? Wir haben hier eine kleine Schwierigkeit. Ne, es ist nämlich so. Wir sind ja mit dem Schwierigkeitsgrad 2, 3, minus 3, sind wir in einem Bereich, der für das Seilklettern per se schon eher einfach ist. Das ist nicht das klassische Seilklettern. Das klassische Seilklettern beginnt bei 3 plus und 4. Jetzt ist es aber so, bei den anspruchsvollen Bergwanderungen, beim klassischen Bergsteigen sozusagen, ist der dritte Schwierigkeitsgrad auch eher schon eine Ausnahme und Seltenheit geworden, weil er eben so ein gewisses Restrisiko gerade im Abstieg und so weiter betrifft. Das sollte man nicht unterschätzen. Nachdem ich hier jetzt einen Heimvorteil habe, muss ich ganz ehrlich sagen, da als ich das gelesen habe, blieb mir nichts anderes über, als sofort ans Halltal zu denken. Wir fangen mit der Karte an. Ausgangspunkt ist Absam bei Innsbruck und da gibt es einen wunderschönen Parkplatz, nämlich den Hackelparkplatz. Der ist sogar kostenlos. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und von dem aus wandert man erstmal ins Halltal hinein, an der Bergerkapelle vorbei und so weiter. Und dann geht es hier in einem, bei der ersten Lathütte, hier in einem steilen Steig, Alpensöhnehütte, vorbei auf die Hüttenspitze. Und von der Hüttenspitze kann man auf der anderen Seite über einen eher schwierigen Steig wieder runter in die Wechselscharte. Ab hier wird es jetzt richtig spannend, denn dann geht es hoch, weglos scheint es, zumindest in den Karten. Wir können uns auch nochmal die ÖEK-Karte anschauen. Hier wirst du nicht viel finden. Die Infos dazu sind rar. Es gibt einzelne Einträge dazu im Internet. Das Interessante ist, hier geht es relativ straight auf den Grat hinauf, auf die große, beziehungsweise zuerst auf die kleine Wechselspitze und dann später auf die große Wechselspitze. Dieses erste Stück ist auch natürlich ausgesetzt, aber es ist halt so. Im Karwendelklettern gehen, gerade wenn man im unteren Schwierigkeitsgrad unterwegs sein möchte, ist es ausgesetzt und es ist auch brüchig. Diese Runde, Wechselspitze und bis zum Battlewurf rüber, ist nicht ganz selten begangen. Sie ist aber definitiv, es ist schon eine eher große Überraschung, wenn man da mal auf Menschen trifft, gerade wenn man unter der Woche unterwegs ist. Am Wochenende kann es schon mal sein, dass da ein paar Leute unterwegs sind, aber es hat wirklich nichts mit Bergtourismus zu tun. Von der kleinen Wechselspitze, die Klettereien gehen da so im zweiten Schwierigkeitsgrad hoch, geht es rauf auf die große Wechselspitze. Auch das ist wieder zweiter Schwierigkeitsgrad, aber auch alles eher exponiert, alles eher für den Kopf recht schwierig, aber nicht so sehr in der Kletterei. Natürlich, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Diese Touren, bei denen man wirklich eher selten Begehungen hat und dann auch noch im Karvendel liegen, super brüchig und da sollte man wirklich auf jeden, auf jeden, auf jeden, auf jeden Fall aufpassen, dass man immer weiß, was man in die Hand nimmt, dass man weiß, dass das hält. Und gerade bei den Dritten ist das natürlich wichtig, gerade wenn es richtig exponiert ist und die Tour ist stellenweise wirklich, wirklich hart exponiert. Von der großen Wechselspitze geht es dann immer weiter nach Norden entlang des Grades, teilweise aber auch entlang der rechten Falllinie, also der östlichen Falllinie, so ein bisschen versetzt vom Grat. Dann gibt es hier teilweise recht harte Steilaufschwünge, das betrifft den Bereich hier nicht so sehr, also vor dem Battlewurf, das ist dann quasi nur noch so eine Querung, eine Runde, die du da machst. Aber davor ist die Steigung schon nicht ohne. Du kommst hier aus der, aus der Region hier vom Grat, querst du hier so ein bisschen rein und dann gibt es da so eine steile Flanke, die geht hoch, die ist relativ splitterig, brüchig, drei Minus ungefähr und auch sehr, sehr ausgesetzt. Also abrutschen ist natürlich absolut verboten, aber das ist sowieso was, das gilt natürlich für die meisten Zweier- und Dreierklettereitouren, da kannst du sowieso nicht viel machen, da musst du eben richtig, richtig vorsichtig sein. Der Abstieg erfolgt über den Normalweg, hier kannst du noch einen Abstecher zur Battlewurfhütte machen und nochmal einkehren und dann ganz runter, bis du wieder im Halterall bist, an der Straße, bei der zweiten Landhütte kommst du dann raus und machst dann hier im Prinzip die Runde fertig und bist dann wieder bei der Bergerkapelle und wieder am Start. Die ganze Tour sind 2000 Höhenmeter, also das heißt wir erreichen deinen Cap gerade so, es ist definitiv eine anspruchsvolle Bergtour. Es ist definitiv eine exponierte Bergtour, es ist definitiv eine schwierige Bergtour, aber wenn du persönlich sagst, wie du ja geschrieben hast, du bist schon viel auf Zweier-Touren unterwegs gewesen, Das Ganze ist gut seilfrei machbar, wenn du wirklich sicher im anspruchsvollen, leichten Klettergelände, also im anspruchsvollen, leichten Klettergelände, das muss einem mal einfallen, im anspruchsvollen Berggelände, im leichten Klettergelände bist. Wenn du da wirklich sicher bist, dann ist das eine super geile Tour für dich, aber man muss sagen, man muss sehr sehr vorsichtig sein, man muss sehr zurückhaltend sein, man muss auch bei der Orientierung darauf aufpassen, dass man sich nicht versteigt. Grundsätzlich ist die Tour leider nicht markiert, es ist eine sehr sehr selten begangene Tour und da kommen wir auch zu einem großen Problem. Du suchst eine sehr sehr, also eine Tour, bei der die Orientierung stimmt, bei der die Orientierung leicht ist, aber gleichzeitig suchst du eine Tour, die nicht oft begangen wird. Das widerspricht sich ein bisschen selber, weil die meisten Touren, die wirklich selten begangen werden, sind natürlich auch nicht gut markiert. Im Umkehrschluss, Touren, die wirklich gut markiert sind, sind auch öfter begangen, denn sie sind meistens nur deshalb markiert, weil sie oft begangen wurden oder sie werden oft begangen, weil sie gut markiert sind. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, entweder wir wollen gute und leichte Orientierung oder wir wollen wenig begangen. Meistens, beides klappt eher nicht so. Jetzt ist es aber so, die Tour ist relativ logisch, sie orientiert sich oftmals am Grad und dann sonst etwas links davon, etwas rechts davon. Das ist keine Grat-Tour im klassischen Sinne, es ist schon auch viel Rinnenkletterei dabei, aber es ergibt sich oftmals aus einer logischen Linie. Trotzdem, trotzdem, ganz wichtig, die Orientierung ist nicht einfach. Einfach wäre, weiß ich nicht, eine einfache Orientierung ist ein Klettersteig. Es gibt auch relativ viele Infos dazu im Internet zu finden, so in Blog-Einträgen und so weiter. Ich verlinke dir dazu auch noch was in der Beschreibung. Jedenfalls ist die Tour aber trotzdem eine der wunderschönsten Touren im Hallental. Sie ist aber wirklich nicht leicht, sie ist wirklich exponiert und sie ist auch nicht ungefährlich. Trotzdem ist sie sehr schön, sie passt in dein Profil gerade so rein. Wenn du sagst, 2000 Höhenmeter ist die maximale Grenze, da liegt die Tour noch drin. Wenn 2000 Höhenmeter wirklich das absolute Maximum ist, was du schaffst, dann ist die Tour schon eher gefährlich, weil die Konzentration gerade am Schluss wahnsinnig wichtig ist, dass man da keinen Fehler macht, keinen Ausrutscher dabei hat. Im Idealfall sollte man nicht bei 2000 Höhenmeter sein absolutes Limit haben, sondern darüber, damit diese Tour dann auch wirklich sicher und solide gelingt. Einen anderen Vorschlag habe ich für dich in aller Kürze auch noch. Dieser, der ist nicht so wirklich schwer in der Planung, da findet man sehr viel dazu im Internet. Man findet dazu Topos, Bilder und so weiter und so fort. Auch eine logische Routenfolge und so weiter, der Weg ist auch relativ gut markiert. Das ist der Kirchengrad auf den Ödstein, der liegt in den Ensthaler Alpen in der Steiermark, im Bundesland Steiermark in Österreich. Das ist ein ganzes Eck weiter zu fahren mit dem Auto, aber immer noch relativ nah dran. Wir liegen immer noch in den Alpen, Ostalpen. Dafür ist die Orientierung relativ einfach. Das sage ich natürlich jetzt mit einer gewissen Vorsicht, aber sie ist definitiv einfacher als bei der Wechselspitzentour. Er ist nicht ganz so lang, nicht ganz so lang exponiert, nicht ganz so lang gefährlich wie die Wechselspitzentour und wäre damit vielleicht die bessere Tour, um vielleicht eher wieder in diesen dritten Grad reinzukommen oder mal in den dritten Grad reinzuschnuppern und zu schauen, wie es geht. Gerade wenn man einsam unterwegs ist, der Ödstein-Kirchengrad wird zwar begangen, öfter als die Wechselspitzentour auf jeden Fall, aber ist immer noch nicht überlaufen oder sonst was. Man wird am Wochenende sicher den ein oder anderen Mal treffen, aber unter der Woche beispielsweise hat man da definitiv seine Ruhe. Beide Touren, das jetzt mal so als Fazit, beide Touren haben das gleiche Anforderungsprofil an die Ausrüstung. Beide Touren haben aber vor allen Dingen eine Sache, die sie gemein haben. Sie müssen im Sommer begangen werden, im Frühling, im Frühsommer. Ganz, ganz gefährliche Touren. Wir reden ja hier wirklich von hohen Bergen, gerade der große Battlewurf liegt. Da liegt lange ins Jahr hinein nur Schnee drin in den Rinnen. Nässe, gerade auf diesen Wiesen hängen, die da teilweise drin sind in der großen Wechselspitzenrunde. Das ist wirklich gefährlich, wirklich gefährlich. Und auch im Ödstein ist Nässe einfach sehr, sehr unangenehm und kann auch sehr, sehr gefährlich sein. Deswegen mein Ratschlag an dich, gehe im Juli, vielleicht eher besser sogar im August, je nachdem wie sich die Schneelage über die nächsten Monate entwickelt. Aber das sind August-Touren, Anfang-September-Touren, aber definitiv keine Juni-Touren. Das ist richtig, richtig gefährlich. In diesem Sinne schauen wir uns jetzt am besten die Ausrüstung an. Zuallererst sollten wir natürlich eine Notfallausrüstung mit einplanen. Dazu gehört der Biwak-Sack und ein Erste-Hilfe-Paket. Dann sind beide Touren definitiv auch Touren mit einem einfachen Zustieg und einem längeren Abstieg. Die Touren sind insgesamt ja sehr, sehr lang. Und in den Gehpassagen können Stöcke manchmal hilfreich sein, gerade im Abstieg bei der Battle-Wurf-Tour. Deswegen nehmen wir uns die Stöcke zur Sicherheit vielleicht auch mit. Sie sind aber sehr optional. Als nächstes sollten wir mehr als genug Trinken einplanen. Mindestens zwei, drei Liter. Die Flasche hier liegt jetzt nur exemplarisch. Denn gerade im Sommer, gerade im Hochsommer, wenn dann wirklich gar kein Schnee liegt, aber die Sonne sehr stark scheint, sind diese Gegenden ziemlich trocken. Und es ist richtig, richtig heiß. Gerade über die lange Zeit, weil man ja dann auch in die Nachmittagsstunden reinkommt. Als nächstes brauchen wir natürlich einen Helm mit. Denn beide Touren sind ohne Helm nicht ganz ungefährlich. Es gibt immer wieder vereinzelt Steinschlag, gerade bei der großen Battle-Wurf-Runde gibt es viel brüchiges Gestein. Man sollte da wirklich aufpassen und immer mit einem Helm unterwegs sein, zumindest wenn es ins felsigere Gelände geht. Natürlich sollten wir auch genug zu essen mithaben. Auch hier der Cliff-By jetzt nur exemplarisch. Je nachdem, was ihr am liebsten dabei habt, nehmt auf jeden Fall genug Kalorien, genug Energie mit, dass euch dann nicht so gegen Ende, wenn die Schwierigkeiten vielleicht gerade eher abnehmen, aber trotzdem immer noch viel Konzentration gefragt ist, dann der Kopf langsam nicht mehr mitspielt oder auch der Körper. Deswegen achtet auf genug Essen. Dann haben wir hier noch etwas Optionales, nämlich Handschuhe. Denn bei beiden Varianten gibt es auch Stahlseilversicherungen. Die Stahlseile sind zwar jetzt nicht wie bei einem Klettersteig angelegt, aber trotzdem sollte man sie verwenden und in die Hand nehmen. Und das führt natürlich dazu, dass die Hände drunter leiden, die Haut drunter leidet. Und damit man sich da nicht so wehtun kann, sollte man vielleicht Handschuhe einplanen oder zumindest einpacken. Und wenn man sie dann nicht nimmt, hat man auch nicht so viel, zu viel Gepäck dabei. Dann sollten wir natürlich auf unsere Oberbekleidung achten. Sowohl eine Hartstellejacke als auch eine Wärmeisolation sollte mitkommen. Es kann ja immer was sein. Es kann sein, dass es doch deutlich kühler ist, gerade im höheren Gebirge auf 2700 Meter, so wie beim Battlewurf. Da ist es natürlich schon etwas frischer als unten im Tal. Und da kann es schon mal sein, dass man vielleicht eine Jacke braucht, gerade wenn es sehr windig ist. Das kommt natürlich immer aufs Wetter an. Aber eine Hartstellejacke für Schlechtwettereinbrüche sollte immer eingeplant werden. Bei dem Schuhwerk ist es natürlich immer sehr subjektiv. Ich persönlich bin bei solchen Touren immer ein großer Freund von robusten Halbschuhen. Das wären zum Beispiel hier die Zustiegsschuhe von La Sportiva, die TX4. Irgendwas, was wirklich einen guten Halt gibt. Da kann man natürlich viele unterschiedliche Schuhe nehmen. Es gab am Escalito oder auch La Sportiva Boulder. Da gibt es sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Manche mögen auch eher höhere Schuhe. Das ist auch genau kein Problem. Es gibt auch Leute, die gerne mit Kategorie C Schuhen solche anspruchsvolleren Bergtouren gehen. Auch das ist kein Problem. Nur zu weich sollte der Schuh letztlich nicht sein. Nicht zu sensibel. Denn dadurch ist er sehr schnell abgerockt. Und vor allen Dingen ist es auch ein Sicherheitsrisiko bei manchen Schuhen. Also mit Laufschuhen sind diese Touren absolut nicht empfehlenswert. Und zuletzt sollte man sich überlegen, was für einen Rucksack man dafür nimmt. 22 Liter ist eigentlich eine super Größe, um das alles irgendwo unterzubringen. Im Idealfall habt ihr eine kleine Helmbefestigung, dass der Helm außen dran kann. Und dadurch nicht so viel Platz wegnimmt im Zustieg und dementsprechenden Abstieg. Mehr braucht es eigentlich am Ende des Tages nicht. Natürlich ist da jetzt nur das Allernotwendigste dabei. Wenn ihr etwas dabei haben wollt, was euch persönlich wichtig ist, dann ist das natürlich dann eure Entscheidung, das auch noch einzupacken. Gar kein Problem. Was jetzt hier am Bild nicht ersichtlich ist, aber was natürlich von Haus aus gleich beim Losgehen schon drauf sein sollte, ist natürlich ein solider Sonnenschutz, damit ihr hier euch nicht komplett verbrennt. Denn auch Überhitzung und die Probleme eines Sonnenstichs können am Berg natürlich ein Risiko darstellen. Für alle Leute, die sich in diesen Graden noch nicht so wohl fühlen oder eben vielleicht da noch nicht so viel Erfahrung haben, aber trotzdem diese Tour vielleicht mal mit jemandem gehen möchten, der auch etwas erfahrener ist oder ihr jemanden mitnehmen wollt, der noch nicht so erfahren ist, dann müsst ihr natürlich auf ein Sicherungsseil, also ein entsprechendes Kletterseil, muss nicht so lang sein bei dieser Tour und die entsprechenden Klettergurte achten und auch diverse Karabiner, also die klassische Kletterausrüstung einfach einpacken, damit ihr dann genug Material dabei habt, um die schwierigen Stellen letztlich auch abzusichern. Ist man aber solo unterwegs, ist das hier das übersichtliche Gesamtpaket. Wenn euch dieses Videokonzept gefallen hat, dann freut es mich natürlich, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt und auch andere Anregungen dazu, wie man vielleicht diese ganze Tourenplanung noch ein bisschen optimieren kann oder was ihr euch noch für diese Reihe so vorstellt. Ihr könnt mir natürlich auch eure Tourenideen und Tourenwünsche noch so in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!